Heute erzähle ich euch, wie ich in den Abiturprüfungen einen Schnitt von 1,0 geschafft habe und so meinen Gesamtschnitt von 1,8 durch die Abschlussprüfungen noch auf 1,4 runtergezogen habe. Willkommen zurück Abiturathleten, mein Name ist Leo Eckele und wir sorgen gemeinsam dafür, dass du durch Top-Abiturprüfungen zu deinem Traumnotenschnitt kommst. Heute ist quasi mal Geschichtezeit und damit meine ich nicht das Fach, sondern eine Story, wie es letztes Jahr bei mir im Abi war. Und zwar, wie gerade in der Einleitung schon gesagt, ich hatte nach der 11. und 12. Klasse einen Schnitt von 1,8 oder genauer gesagt 1,7 oder irgendwie so. Aber ich war gerundet 1,8 und ich habe mir dann überlegt, wenn ich jetzt den Abiturprüfungen nochmal richtig Gas gebe, was kann ich dann eigentlich noch rausholen? Was kann ich dann eigentlich noch rausholen? Und dann gibt es ja so Apps, wo du deine Noten eingibst, dann kannst du schauen, was du da noch bekommen kannst, dann kannst du dir für die Abiturprüfung deine eigenen Noten geben, was auch richtig geil ist. Und ich bin halt gnadenloser Optimist. Ich bin einfach gnadenloser Optimist. Ich habe gesagt, okay, angenommen, ich würde jetzt das und das machen, ich würde jetzt das und das machen, angenommen, ich würde die und die Prüfung so und so schreiben. Ich habe es angeschaut und habe dann irgendwann festgestellt, Alter, das Abitur wird ja echt krass bewertet. Ich meine, es macht ja ein Drittel von der ganzen Note aus. Ich dachte, ja, wow, wow, das ist ja mal richtig, richtig heftig. Ich habe mir dann also die absoluten Top-Noten eingetragen und ich hatte eigentlich, eigentlich hatte ich für mich selber gesagt, okay, 1,6 kannst du schon noch schaffen, so das ist gut möglich, aber 1,5 wäre komplett krank, wenn du das noch machst. Und dann habe ich das so eingeben und dann dachte ich mir so, hm, mit 1,0 in den Abschlussprüfungen komme ich ja sogar noch auf 1,4. Und dann habe ich auf einmal das Ziel 1,0 in den Abschlussprüfungen und habe dann wirklich einfach sowas von Gas gegeben. Wie habe ich das Ganze gemacht? Ich habe auch trotzdessen gar nicht mal so früh mit Mathe angefangen. Mathe war unsere allererste Prüfung. Ich habe vielleicht zwei Wochen davor oder eineinhalb Wochen davor angefangen, habe dann wirklich konsequent gelernt, das ist wirklich wichtig, das ist absolut wichtig. Wenn du nicht konstant lernst, kannst du keine guten Noten schreiben, das ist sehr, sehr wichtig. Vor allem in Mathe. Habe dann im Mathe Gas gegeben, bin immer besser geworden, habe dann irgendwann nur noch die Abiturprüfungen der letzten Jahre durchgemacht, habe dann irgendwann sicher gefühlt, habe dann auch wirklich ganz entscheidend bis zum Mathe-Abi habe ich nur Mathe gelernt. Ich habe kein anderes Fach gemacht. Ich habe, glaube ich, ganz davor, ganz am Anfang mal kurz noch Deutsch und Englisch überblättern, weil bei uns in Bayern war es so Mathe, Deutsch, Englisch und dann die mündlichen Prüfungen. Ich habe wirklich bis zum Mathe-Abi quasi ausschließlich Mathe gemacht. Dann war Mathe durch, habe mich da kurz gefeiert, habe dann Mathe sofort aus meinem Kopf rausgeschmissen, das ist ganz wichtig. Mathe hat ab dieser Sekunde, wo diese Prüfung oben war, nicht mehr in meinem Kopf existiert, obwohl ich die ganze Woche davor nur Mathe hatte, komplett rausgeschmissen, mich dann volle Kanne auf Deutsch fokussiert. Zwischendrin mal noch kurz was anderes. Ich kriege immer wieder Fragen zum Abitur, wie ich es damals gemacht habe, was ich noch für Tipps für spezielle Situationen habe und heute um 18 Uhr kriegt ihr auf meinem Instagram-Account leo-eckel in einem Livestream die Möglichkeit, mir alle Fragen zu stellen. Ich werde auf alle Fragen eingehen. Das heißt, wir sehen uns da heute um 18 Uhr und jetzt viel Spaß weiter mit dem Video. Ich habe davor schon ein bisschen dafür gesorgt, dass meine Lehrerin mich unglaublich mochte. Ich habe, wie ich in meinem deutschen Video auch schon erzählt habe, wie du 15 Punkte in Deutsch schreibst, kann ich dir oben markieren, jedenfalls du noch Deutsch ausstehen hast. Auf jeden Fall habe ich da im Vorhinein in den Vorbereitungen einfach schon dafür gesorgt, einfach 12, 2 oder was auch immer, dass ich zu ihr gesagt habe, was kann ich noch besser machen, damit ich 15 Punkte schreibe. Und da konnte sie mir nichts Besseres mehr sagen. Es war nicht so, weil ich in den Prüfungen davor immer so gut war, meine beste Note war 10 Punkte und ansonsten 6 oder 7, sondern ich habe einfach immer wieder Übungsaufsätze gegeben. Das war quasi meine Vorbereitung, schon bevor das ganze Abi angefangen hat, auf Deutsch. Ich hatte dann also, nachdem ich Mathe durch viel Lernen gut absolviert hatte, hatte ich dann für Deutsch quasi schon weit im Voraus einfach mir einen sehr guten Standard bei der Lehrerin erarbeitet. Diese habe ich auch als sehr, sehr guten Schüler gesehen und habe mir dann einfach nur noch ein paar Epochen reingezogen, habe mir vor allem auch Musterlösungen von der Lehrerin durchgelesen, von anderen sehr guten Schülern, damit ich einfach ein bisschen mehr in diesen Schreibstilen, in diese Formulierungsweisen von absolut richtig guten Schülern reinkommen. Habe so dann wirklich in dieser Deutschprüfung auch wirklich 15 Punkte geschrieben. Das konnte ich selber nicht ganz glauben. Also 13 hätte ich schon als realistisch gesehen, aber 15 Punkte in Deutsch ist halt schon echt krass. Auf jeden Fall habe ich 15 Punkte in Deutsch gehabt dann. Hab dann auch, nachdem Deutsch vorbei war, sofort Deutsch rausgekickt. Hab sogar ein bisschen Englisch noch davor gelernt, weil wir dann glaube ich nur vier Tage oder so bis Englisch hatten. Hab dann mich wieder voll gerne auf Englisch fokussiert. Nur Englisch, nur Englisch, nur Englisch. Weder über Deutsch und Mathe nachgedacht, noch über die zwei mündlichen Prüfungen, die noch gekommen sind. Wirklich einfach nur Englisch. Englisch voll rein, Englisch voll rein. Hab nur noch englischen Content konsumiert. Ich hab englische Bücher gelesen, ich hab englische Videos angeschaut, ich hab englische Musik gehört. Ich hab teilweise mit meiner Mom Englisch gesprochen. Sprich ihr merkt schon, ich hab immer in den Phasen vor der jeweiligen Prüfung mich komplett mit diesem Thema eingenommen, dass ich das vollkommen gelebt hab, das Thema. Hab dann die Prüfung gemacht und hab's in der gleichen Sekunde, wo dieser verschissene Gong kam, sofort wieder rausgeschmissen. Hab mich wieder auf voll ins nächste Thema gestürzt. Von Mathe zu Deutsch zu Englisch. Dann hab Englisch, hab Englisch komment rausgeworfen. Dann hatte ich eine Woche bis Wirtschaft, hab dann Wirtschaft. Bam, bam, bam. YouTube-Videos, die ich immer während dem Essen angeschaut hab, gingen nur noch über Wirtschaft. Nur noch, wie sind Wechselkurse, wie funktioniert das Ganze? Weil du in der mündlichen Prüfung natürlich auch einfach glänzen kannst, wenn du mal was raushaust, was außerhalb von dem ganzen Themenbereich ist, weil die Lehrerin merkt, hey, der beschäftigt sich auch außerhalb der Schule mit diesem Thema. Und das kommt immer gut bei den Lehrern an. Und dann, wie gesagt, Wirtschaft gehabt, volle Keiner drauf vorbereitet. Mich wieder voll reingepusht. Ich hab mir auch wieder die ganzen Themen so ein bisschen am letzten Tag durchgeblättert, damit ich wirklich für mich selber das Gefühl hatte, ich kann es zu 100%, weil das, ich werde noch mal ein extra Video zu den mündlichen Prüfungen machen. Aber bei den mündlichen Prüfungen, es ist so wichtig, dass du mit dieser Überzeugung reingehst, dass du die 15 Punkte schaffen kannst. Weil da merkt, dass die Lehrerin noch so viel krasser als in allen anderen Prüfungen. Und dann wäre eben Wirtschaft durch, dann nochmal eine Woche oder vier Tage oder fünf Tage voll auf Physik konzentriert, wieder Physik-Videos angeschaut, ganz viel von The Simple Club empfehle ich euch mega krass, die Jungs, richtig geile Typen. Das war reingezogen, Physik gemacht, Gas gegeben, wieder daran geglaubt, dass ich es schaffen kann. Hab dann jetzt auch 14 Punkte in Wirtschaft geschafft und 15 Punkte in Physik. Voll Gas gegeben, einfach durchgezogen und so funktioniert das Ganze dann schlussendlich auch. Genau, so war es bei mir. Ich hoffe, ihr konntet da einige Inspirationen und Motivationen tanken. Und wie gesagt, das Wichtigste vom ganzen Ablauf her ist wirklich, dass du in der Vorbereitungsphase vom jeweiligen Fach deinen Kopf komplett auf dieses Thema programmierst, weil du so tief da drin bist und einfach so, so gut performen wirst. Und dann klappt es auch mit deinem Traumlotschnitt, den ich dir wie immer von ganzem Herzen wünsche. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Viel Spaß. Ich hoffe, dass ihr eine ähnliche Erfolgsstory kreieren könnt wie ich. Und ja, wir sehen uns. Euer Leo. Ich hoffe, dass ihr eine ähnliche Aufgabe habt.